Und wir wollen sich da zünden, dass es neu wird in der Nacht und der ganzen Welt verkünden, was der Himmel uns hat gebrannt. Wie willst du sein sollst trösten und sagen, wie wir da? Wie willst du sein sollst trösten, wie wir so alleine stehen? Wenn wir das Witte tragen, jeder soll sein Bestes geben. Mit einem Dach, wie wir das wagen, auch die Prösten würden es nehmen. Komm, wir wollen sich da zünden, dass es neu wird in der Nacht und der ganzen Welt verkünden, was der Himmel uns hat gebrannt. Liebe Mitmenschen, seid herzlich willkommen zum Sternsingen 2022. Heute singen wir vom Sternsingen Region Zollbrück und vom Sternsingen Langnow direkt in eurer Stuben ein. Ein hauen Stern in einer dunklen Nacht hat den Menschen Hoffnung gemacht. So singen die Sternsingerinnen für euch. Sie erzählen und singen von dem Hoffnungsstern, der durch Jesus Christus in diese Welt kam, ist und ich leuchtet. Als Sternsinger weisen wir am Dreikönigstag auf Gottes Licht und Liebe her. Bestenfalls sind wir für euch heute wie ein Hoffnungssternschnuppe. Vielleicht können und müssen wir Menschen gar nicht mehr füreinander sein als ein Hoffnungssternschnuppe. Weil schon eine einzige Sternschnuppe eine ganz normale Nacht zu einer besungerigen macht. In diesem Sinne laden wir euch ein, auf diesen viel grösseren Stern zu schauen und mit uns das besungerige Sternsingen in das besungerige Sternsingen einzustimmen. Feliz Navidad! 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 Prospero an your Feliz Navidad! 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 Wir sind in der dunklen Nacht, herr, wo manche Hoffnung bracht. Stand, stand still bei uns im Haus, stell dich das Licht für alle aus. Stand, stand still bei uns im Haus, stell dich das Licht für alle aus. Stand, stand still bei uns im Haus, stell dich das Licht für alle aus. Stand, stand still bei uns im Haus, stell dich das Licht für alle aus. Stand, stand still bei uns im Haus, stell dich das Licht für alle aus. Stand, stand still bei uns im Haus, stell dich das Licht für alle aus. Frieden zu Haus, Frieden in der Welt. Das Freudefest und Freude Teufel ins Himmel und auf der Seele, der das Gott, die Jünger zieht, das große Sonne tut. Das Freudefest und Freude Teufel ins Himmel und auf der Seele, der das Licht für alle aus. Das Freudefest und Freude Teufel ins Himmel und auf der Seele, der das Licht für alle aus. Heil, Frieden, der das Geschenk, der das Gott, die Jünger trägt. Halleluja, Freude Teufel, der das Gott, die Jünger trägt. Halleluja, Freude Teufel, der das Frieden der Haar. Halleluja, freie Zeit, der Wind schafft, die er nach da hat. Halleluja, freie Zeit, der Wind schafft, die er nach da hat. Wir sind die Herden von über hundert Schäfchen und Lämmchen. Wir haben die frohe Botschaft von Jesus gehört, der heute geboren ist, darum sind wir da. Aber nicht gerade auch, ein paar müssen noch wach halten. Sie würden auch gerne zu Jesus die Kinder schauen und ihm etwas bringen. Wir sind die Herden, wir sind die Herden, Schäfchen und Lämmchen. Schäfchen und Lämmchen 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 Wir drei kommen als die heiligen Könige. Ich bin Kaspar, nur einer der Könige. Und du bist Jesus, der wahre König. Dir gebe ich gerne mein Gold und mein Herz. Ich bin Melchior, der zweite, ganz runden Weirach gebe ich dir, meinem lieben Gott. Und ich will dein Diener sein. Ich bin Barthasar, der dritte, dir Kind gebe ich Mürre. Das bedeutet Gottes Heil. Es werde aller Welt zuteil. Kostbarer als Gold, Weirach und Mürre sind. Lieben, glauben, helfen. Komm, wir wollen sich da zünden, dass es neu wird in der Nacht. Und der ganzen Welt verkünden, was der Himmel uns erbracht. Die, die ruhig sein, soll das Grösste und sagen, ich bin da. Da sind wir da, wie der Grösste, nie mehr so alleine stehen. Zudem will ich mir das Witte tragen. Jedes soll sein Bestes geben. Mit einem da können wir das Wagen. Auch die Grösste würden es nehmen. Komm, wir wollen sich da zünden, dass es neu wird in der Nacht. Und der ganzen Welt verkünden, was der Himmel uns erbracht. Kann ich mir das auch für alle Tröne. Niemand soll vergessen sein. Jedes soll, was, wer mich ane, Sieg es noch so winzig klein. Schau, bis es leuchtet auf den Gesichtern, tausend Spiegel in der Nacht, bis es ganzes Meer verlichtet, der der Helm aufbündet macht. Komm, wem wem ja sich da sündet, lasst es auch mit den Nacht, und die ganze Welt verkündet, was der Helm aufbündet macht. Das hier ist der Benzsohn. Der Junge lebt im Südsudan. Der Südsudan ist das jüngste Land auf der Welt und eins von den allermärmsten. 40 Jahre Bürgerkrieg haben tiefe Sporen hinterlassen. In diesem grossen Land mit über 11 Millionen Einwohnern. Dort gibt es nur 200 Ärztinnen und Ärzte. Dabei ist doch gerade in einem armen Land Gesundheit besonders wichtig zum Leben. Der Benzsohn, der Gildo, er hat Glück gehabt. Beim Mango pflücken ist er zuerst von einem Baum nachgefallen. Die Wunde war nicht so schlimm, aber dann hat sie sich entzündet. Dann konnte er ins Spital, er hat einen Platz dort bekommen. Und sie konnten ihm helfen. Damit viele Kinder gesund werden und gesund bleiben können, unterstützen die Sternsinger heute mit ihrer Sammlung und der Kollekteprojekt in Südsudan, Ghana und Ägypten. Herzlichen Dank für das, was ihr mögen geben. Musik 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 Jetzt schreibt der König Balthasar, das macht bei uns, wie gesagt, der König Balthasar, der Säge auf. Heute ist es auf einem Laden und sonst ist es manchmal direkt an den Türrahmen des Hauses. Christus Mansionem Benedicat, das heisst, Gott segne dieses Haus. Und der König Kasper, der verteilt ins Kreide für alle die, die gerne daheim der Säge würden an den Türrahmen schreiben, daheim. Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus. Das ist der Stand, der beten hört, machet euch auf und folgt her. Es ist der rauhe, schönste Stern, kommen die Leute von nachhofen, kommen die Leute von nachhofen. Zum Heiland führt der Stern neue See, drum folgt der Kau wie gross und klein. Er liegt im Krim die Arm und bloß, aber er wird ein Königgross, aber er wird ein Königgross. Er wird ein Königgross, aber er wird ein Königgross. Ein bisschen länger als eine normale Sternschnuppe hat unsere Hoffnungssternschnuppe für euch geleuchtet und getönt. Schön seid ihr dabei gewesen. Im Namen der Kirchgemeinden Rüderswil und Loperswil und vom Sternsinger Region Zollbrück Danke Eger, Doris und Willi Rötlisberger, euch Kinder und allen, die dazu beigetragen haben, dass das besungrige Sternsingen konnte und stattfinden konnte. Wir wünschen euch und uns allen, dass die Ausdauer, die Weisheit und die Grosszügigkeit der Heiligen drei Königen und das Licht von Jesus Christus uns auf unseren Wegen begleiten und leuchten. Biet euch Gott Biet euch Gott Biet euch Gott